Schon wieder Montag, dafür aber Zeit für ein neues Aufgetischt. Dieses Mal mit einigen Neuheiten von der leider schon wieder zurückliegenden BerlinCon, als auch einigen aktuellen sowie auch älteren Spielen und meinem persönlichen Highlight des Monats. Viel Spaß! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, so schnell sind schon wieder vier Wochen ins Land gezogen. Die BerlinCon ist schon wieder vorbei. Der Flo und ich sind wohlbehalten, wieder zurückgekehrt. Wir haben aber natürlich die Gelegenheit genutzt, um auf der BerlinCon die eine oder andere Neuheit mal anzutesten. Und natürlich sind aber bei mir auch nach der BerlinCon diverse Spiele auf dem Tisch gelandet, wovon ich euch jetzt gerne berichten möchte. Wie immer habe ich euch die einzelnen Spiele in der Zeitleiste unten verlinkt. Wenn ihr also gerne zu einem Spiel direkt hinspringen möchtet, könnt ihr das auf diesem Wege gerne tun. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir springen mit Anlauf in den bunten Spielepool. Auf der BerlinCon hatte ich die Gelegenheit, das neue Spiel von Michael Kießling zu spielen und zwar in Tarsia. Ja, das Ganze ist von DeepRind Games im Vertrieb bei Pegasus für zwei bis vier Mitspielende ab zehn Jahren und ist in 40 bis 60 Minuten gespielt. Es gibt so zwei Dinge, die da direkt auffallen, wenn man das so anschaut, mir zumindestens. Zum einen das natürlich wunderschöne Material, bestehend aus vielen bunten Intarsien-Teilen. Ich mag es natürlich gerne bunt, wisst ihr ja vielleicht schon. Und zum anderen die recht starken Azul-Vibes, die dieses Spiel dann doch vermittelt. Und das ist natürlich auch kein Zufall, denn Michael Kießling ist halt auch der Autor von Azul. Ja, was machen wir hier bei Intarsia? Also wir bewerben uns darum, als quasi Handwerker im Café de Paris den Boden hier neu verlegen zu dürfen und mit wunderschönen Intarsien ausstatten zu dürfen. Das Ganze ist kartengetrieben. Am Anfang jeder Runde bekommen wir Farbkarten auf die Hand. Die sind auf so einzelnen Karten abgebildet, von denen wir uns dann erstmal eine aussuchen. Also da schon eine relevante Entscheidung an der Stelle. Und mithilfe dieser Farbkarten können wir dann entsprechend diese Intarsien verlegen. Es gibt auf unserem Spielertableau, von denen jeder ein eigenes hat, so einzelne Bereiche. Und jeder dieser Bereiche kann eben bis zu vier von diesen Intarsien aufnehmen, wobei der vierte Teil quasi dann der Tisch in der Mitte ist, der dann da platziert wird. Und der Mechanismus an der Stelle ist halt relativ interessant. Die Intarsien, die wir da verlegen pro Bereich, sind unterschiedlich teuer. Wenn wir den äußeren Rahmen verlegen, dann kostet das nur eine Karte in der gleichen Farbe. Wenn wir aber das zweite innere Teil dann quasi verlegen in einem Bereich, also was direkt auf den äußeren Rahmen folgt, kostet das schon zwei Karten. Und wir bekommen aber immer eine Karte zurück oder eine Karte weniger zurück, als wir ausgegeben haben. Das heißt, wenn wir das zweite Innenteil platzieren, haben wir zwei Karten ausgegeben und würden eine Karte zurückbekommen, aber nicht in der gleichen Farbe. Es muss dann eine andere Karte sein. Das dritte Innenteil kostet dann entsprechend schon drei Karten und der Tisch kostet vier Karten. Und beim Tisch bekommen wir dann zum Beispiel schon drei Karten wieder zurück. Und so kann man sich dann entsprechend Kettenzüge in einer Runde selber aufbauen, was das Ganze ziemlich interessant macht. Also man muss dann immer so ein bisschen vorausdenken, wo will ich denn oder welche Farben brauche ich denn jetzt demnächst, um möglichst für mich vorteilhaft da weiter puzzeln zu dürfen. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, da puzzelt man einfach nur so ein bisschen nebeneinander daher alle auf den eigenen Spielertableaus. Das ist allerdings nicht so, denn wie ihr auf den Bildern dann auch sehen werdet, die ich euch einblende, es gibt noch so ein Tableau mit Bonusplättchen. Da kann man Boni bekommen, je nachdem, ob man die dort abgebildeten Intarsien, Arten und Kombinationen als erster irgendwo auf seinem eigenen Tableau fertig bekommt. Und wenn man das als erster schafft, gibt es auch entsprechend mehr Punkte. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, was machen so die anderen, dass man da nicht komplett ins Hintertreffen gerät. Und zum anderen gibt es dann am Ende jeder Runde auch noch Punkte. Und es gibt mehr Punkte für mehr Innengelegene Intarsien. Also die Tische beispielsweise bringen dann am meisten Punkte am Ende einer Runde. Ja, wir haben das auf der BerlinCon in einer Viererpartie gespielt. Es spielt sich so recht entspannt runter, wirklich ziemlich ähnlich wie Asul. Es entbrennt dann so ein bisschen ein kleines Wettrennen eben um diese Bonusplättchen. Das macht aber durchaus auch Spaß. Also unterm Strich kann ich wirklich sagen, alle, die Asul mögen oder die generell Plättchenlege-Puzzlespiele in jeglicher Form mögen, denen kann ich dieses Spiel wirklich ans Herz legen. Also uns und mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ein großer Pluspunkt ist halt das wunderschöne Material. Es könnte deswegen auch als Gateway-Spiel vielleicht geeignet sein, also um vielleicht neue Mitspielende ins Hobby zu holen. Einfach weil das dann auch wunderschön aussieht am Ende, wenn man seinen Boden so voll gepuzzelt hat. Das hat wirklich, obwohl es jetzt keine Miniaturen oder irgendwas hat, aber es hat trotzdem eine tolle Tischpräsenz. Das sieht man jetzt vielleicht jetzt hier auf den Bildern auch so ein bisschen. Also wirklich ein klassischer Kießling. Und wenn nicht Asul schon mal Spiel des Jahres gewesen wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Kandidat wäre. Aber ob es nochmal was ähnliches wird, muss man sehen. Von mir auf jeden Fall Daumen hoch für Intarsia. Ebenfalls auf der BerlinCon haben wir ein neues kleines Kartenspiel von Pegasus gespielt und zwar Pixies. Das Ganze ist für zwei bis fünf Mitspieler, ist in 20 bis 30 Minuten gespielt und ab acht Jahren geeignet. Wobei man sagen muss, 20 bis 30 Minuten fände ich jetzt hier fast schon ein bisschen hochgegriffen. Also man kann so eine Partie zu zweit zumindest durchaus auch in unter 10 Minuten runterspielen, sage ich mal. Ja, zwei Dinge, die mir hier bei diesem Spiel direkt auffallen. Zum einen das Augenscheinlichste ist die Packungsgröße. Und an der Stelle muss ich wirklich mal sagen, bravo Pegasus, denn so soll es sein. Mehr Platz braucht diese Packung in dem Fall nicht, denn enthalten ist lediglich der Stapel mit Karten und die gefaltete Anleitung. Und genauso groß, mehr oder weniger, ist dann auch die Verpackung. Und ich denke, da gibt es genug Negativbeispiele, die dann zeigen, wie man das eher nicht machen sollte. Und der zweite positive Punkt, der mir hier persönlich direkt auffällt, ist die Grafik. Wir haben ja bei Pixies diese Waldwesen. Ich werde euch auch hier nochmal ein paar Karten, denke ich, da gleich einblenden. Die sind einfach herzallerliebst gestaltet. Zumindest jetzt für meinen Geschmack. Ich weiß auch gar nicht zum einen, wie man darauf kommt, auf diese Wesen, dass die dann so aussehen. Die Idee muss man erstmal haben und dann das Ganze dann auch so abzubilden. Das Ganze sieht aus, als wären die irgendwie von Hand gebastelt und dann fotografiert. Sehen sie ja aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob da vielleicht KI mit dem Spiel war oder nicht. Also auf jeden Fall, ja, wunderschönes Design eben, was diese Figuren da betrifft. Alleine das macht schon Lust, das Spiel zu spielen. Ja, wenn ihr unseren Rundgang gesehen habt vom Flo und mir, da habe ich mich ja mal kurz zu dem Spiel geäußert. Und da habe ich gesagt, dass mir das auf den ersten Blick so ein bisschen zu simpel erschien. Allerdings konnte sich das Spiel jetzt in weiteren Partien jetzt durchaus rehabilitieren. Also auch hier wieder was gelernt. Nicht immer unbedingt aufgrund der Erstpartie gleich sein finales Urteil fällen. Ja, was machen wir hier bei Pixies? Also wir haben ein virtuelles 3x3 Raster vor uns und in jeder Runde werden Karten ausgelegt und zwar immer so viele wie Mitspieler mitspielen. Bei einer Zweierpartie werden immer vier Karten ausgelegt und man nimmt dann immer abwechslend so eine Karte und legt die dann in seinen Raster rein. Und auf den Karten stehen halt Zahlen von 1 bis 9. Das sind potenziell auch schon Siegpunkte. Und die Karten muss man immer an die Stelle im Raster legen, die dann auch der Zahl entspricht. Also die 1 dann eben links oben, die 9 dann halt rechts unten und die anderen eben entsprechend dazwischen. Allerdings zählen diese aufgedruckten Punkte erst dann, wenn so eine Karte auf einem Waldboden liegt. Man kann immer auch entscheiden, wenn man eine Karte jetzt platziert, ob man die vielleicht direkt rumdreht und als Waldboden hinlegt. Oder aber, wenn da schon eine 5 zum Beispiel liegt und man nimmt eine weitere 5, kann man die 5, die man da schon liegen hat, weil die andere 5 vielleicht besser ist potenziell für einen, kann man die Karte, die man da schon liegen hat, rumdrehen und die andere da drauflegen. Dann würden die 5 Punkte dann dort auch zählen. Es gibt allerdings mehrere Punktequellen in diesem Spiel. Also nicht nur die Zahlen auf den Karten, sondern auf den Karten sind dann teilweise auch so Kringel aufgedruckt und so Xe. Die Kringel zählen dann nochmal zusätzliche Pluspunkte. Die Xe sind Negativpunkte, die werden abgezogen. Und diese Karten haben ja verschiedene Farben. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Farben. Und wer am Ende der Partie dann den größten Bereich einer Farbe orthogonal angrenzen, also die Kanten der Karten müssen halt angrenzen durchgehend, hat, der bekommt pro Karte in diesem Verbund nochmal 2 Punkte. In einer Partie mit dem Dennis, die ich gespielt habe, war meine ganze Auslage praktisch fast blau. Also ich glaube, ich hatte 7 blaue Karten da liegen, die auch dann alle angrenzend waren. Und allein das hat mir dann schon 14 Punkte gegeben, zusätzlich zum Rest. Das lief dann ziemlich gut, diese Runde. Und ich hatte in der Partie dann, glaube ich, auch 58 Punkte insgesamt. Das war, glaube ich, relativ gut. Also wenn ihr Pixies auch schon gespielt habt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Rekorde waren, die ihr da erreicht habt. Denn an dieser Stelle kommen wir genau zu einem weiteren Punkt, den ich hier gerne noch erwähnen möchte. Das Ganze ist nämlich vom Autoren Johannes oder Johann Gupi, ist ja ein Franzose, meine ich. Und der hat halt auch Far Away und Elava gemacht. Und ich finde, hier gibt es so eine Verbindung zu Far Away. Nämlich in dem Sinne, das Spiel ist an sich zwar relativ glückslastig, aber eine Partie geht halt relativ schnell. Und ich finde, es hat nach einer Partie so einen Aufforderungscharakter, dass man dann meint oder dass das Spiel einem sagt praktisch, komm, spiel mich nochmal und guck mal, was du in der nächsten Partie noch vielleicht mehr an Punkten rausholen kannst. Das ist so eine Parallele zu Far Away, die ich hier sehe und die mir damals auch bei Far Away schon ziemlich gut gefallen hat. Und ja, beim Dennis war es dann tatsächlich so ähnlich, auch wie bei Far Away. Ich glaube, der fand das jetzt nicht ganz so ansprechend. Ich glaube, er fand es ein bisschen besser als Far Away, aber ich glaube, der Kritikpunkt mit dem Glücksanteil war halt wieder höher. Also, oder war halt ausgeprägter als bei mir als Kritik. Es ist halt so, wenn du keine guten Karten bekommst oder halt nicht die Karten bekommst, wenn du sie brauchst, dann wird die Runde oder die Partie auch nicht gut für dich laufen. Dann, wenn es für den anderen besser läuft oder die anderen, dann werden die vielleicht auch mal haushoch gewinnen. Aber in der nächsten Partie gewinnst du selber vielleicht auch dann haushoch. Also insofern, Verpackung, Grafik und auch Spiel selber fand ich gut, hat mir in mehreren Partien Spaß gemacht und so als kleines Kartenspiel für zwischendurch. Ich habe es mir auch selbst gekauft, wie man sieht. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Pixies. Nicht auf der BerlinCon, dafür aber kurze Zeit später habe ich ein neues Spiel von Moses gespielt, nämlich Tic Tac Town. Das Ganze ist für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren und ist in zehn bis zwanzig Minuten gespielt. Ja, das Ganze wurde ja von einigen YouTuber-Kollegen auch schon sehr wohlwollend erwähnt und wurde wohl auch auf der BerlinCon häufiger gespielt. Und kurz und knapp, ja, das kann ich bei diesem Spiel so leider nicht nachvollziehen. Also wir haben davon einige Partien zu zweit gespielt und im Rahmen dieser Partien hat sich das Ganze für mich persönlich eigentlich als absolutes Ärgerspiel auf einem Raster von 3x3 Feldern dargestellt. Vielleicht mal ganz kurz, was machen wir da? Also wir haben verschiedenfarbige Würfel, ich glaube zwölf Stück an der Zahl. Die werden am Anfang einer Partie einmal gewürfelt. Wenn einem das Ergebnis da gar nicht gefällt, kann man auch nochmal würfeln, muss dann mit dem Ergebnis aber leben. Man hat wie gesagt zu zweit einen 3x3 Raster. Das ist dann auch so eine Double-Layer-Papp-Platte. Das ist auch ganz gut gemacht. Das heißt, die Würfel verrutschen dann nicht. Bei Mehrspielern dreht man das rum und dann hat man einen 4x4 Raster. Und es geht nun darum, Aufgaben zu erfüllen. Das sind so Aufgabenkarten, die draftet man dann. Es gibt Aufgaben in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Der erste Schwierigkeitsgrad heißt einfach nur, dass man Würfel einer bestimmten Farbe in einer Reihe oder Spalte haben muss. Der zweite Schwierigkeitsgrad bezieht sich auf die Summe von Würfeln in einer bestimmten Reihe oder Spalte. Die muss dann nämlich genau matchen und da ist dann noch eine Farbe aufgedruckt und mindestens einer der Würfel muss dann genau diese Farbe haben. Und bei der dritten Art von Karten, dem dritten Schwierigkeitsgrad, ist dann eine Gleichung dargestellt, in die man dann drei Würfel einer Reihe oder Spalte genau einsetzen können muss. Und das Ergebnis muss dann halt stimmen. Da steht dann halt Platzhalter mal Platzhalter ist gleich irgendwas. Und da könnte man dann einsetzen, zwei mal drei ist gleich sechs zum Beispiel. Dann würde man die Aufgabe erfüllt haben. Und auch da ist wieder einer der Würfel farbig und dann muss diese Farbe von dem Würfel muss dann halt auch matchen. Ja, das klingt zunächst mal ganz nett. Allerdings praktisch, wie gesagt, in den Zweierpartien, die ich gespielt habe, hat es sich dann so gezeigt, dass man setzt einen Würfel eben in Vorarbeit darauf, dass man da seine Aufgaben erfüllt. Und wenn dann der andere dran ist oder die andere, dann ist es in der, oder bei mir, oder bei uns war es in der Mehrzahl der Fälle so, dass einem der andere dadurch was kaputt macht. Dass man dann sagt, ach nee, jetzt setz doch nicht dahin, setz doch woanders hin. Und aber wirklich von beiden Seiten, sodass man sich dann wirklich häufig über den Zug des anderen ärgert einfach, weil der einem was kaputt macht. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Das nervt dann halt irgendwann. Und natürlich kann es auch vorkommen, dass der andere mal einen Würfel so setzt, dass es einem selber nützt und dass man vielleicht aus Zufall dann auch mal vielleicht sogar zwei Aufgabenkarten auf einmal erfüllen kann. Das kam durchaus auch vor, aber halt nicht so häufig. Wir haben dann auch mal eine Partie noch zu viert gespielt. Da hat man halt einen 4x4-Raster. Da ist das ein bisschen entspannter, weil sich die Aufgabenkarten weiterhin auf nur drei Würfel beziehen, man aber ja vier Stellen dann pro Reihe oder Spalte zur Verfügung hat. Man kann dann also ein bisschen shiften innerhalb der Reihen und Spalten. Und ja, ist dann vielleicht nicht mehr ganz so ärgerlich. Man hat halt ein bisschen mehr Platz. Aber trotzdem auch in dieser Partie, auch wenn der Ärgerfaktor da vielleicht nicht so hoch war wie zu zweit, hat das dann keinen irgendwie hinterm Ofen hervorlocken können. Also hat jetzt keiner gesagt, boah, das ist aber ein tolles Spiel. Das wollen wir unbedingt nochmal spielen. Also insofern, es ist ziemlich glückslastig. Ja, das ist aber per se okay. Also ich würde jetzt kein Spiel von vornherein verdammen, was jetzt glückslastig ist. Ja, siehe zum Beispiel Pixies auch. Aber hier fehlt mir so irgendwie der Aufforderungscharakter. Ja, also dass man dann sagt, oh, ich will jetzt gerne nochmal eine Runde spielen, um dann zu sehen, ob ich vielleicht der nächsten Runde noch mehr Punkte mache. Das aus irgendwelchen Gründen ist das hier nicht. Das kann aber eben auch mit diesem Ärgerfaktor zu tun haben, der mir hier bei dem Spiel eben ganz einfach zu hoch ist. Und ja, deswegen, da würde ich andere Spiele jederzeit vorziehen. Nachdem der Benni und der Dennis ja schon häufiger positiv darüber berichtet hatten und es auch schon häufiger gespielt hatten, hat sich der Dennis jetzt endlich mal erbarmt und mit mir zu zweit eine Partie Lava gespielt. Das Ganze ist vom Kobold Verlag für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren geeignet in 30 Minuten gespielt und von Johannes oder Johann Guppi, von dem ja auch Far Away, Orichalcum oder eben auch Pixies stammen. Und ich muss sagen, also dieser Autor ja, gefällt mir wirklich gut. Also das, was er so macht an Spielen. denn auch dieses Spiel hat mir wieder ziemlich gut gefallen. Man muss dafür auch bedenken, dass man das für deutlich unter 20 Euro erwerben kann und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das wirklich tipptopp. Ja, also ich finde, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war sehr kurzweilig. Man muss dann halt schauen, die Karten, die mehr Siegpunkte bringen, die verbrauchen dann natürlich auch mehr Ressourcen, bis man die ausspielen kann. Also da ist man immer so ein bisschen im Dilemma. Nehme ich jetzt eher Karten, die weniger Siegpunkte bringen, aber die ich schneller ausspielen kann oder aber spiele ich dann halt eher auf die Karten, die mehr Siegpunkte bringen, die aber teurer sind und das war so ein bisschen meine Strategie in der Partie. Also ich glaube, ich habe mindestens zwei Karten gehabt. Die eine hat, glaube ich, weiß ich nicht, 17 Siegpunkte gebracht und die andere auch deutlich über 10 und ich hatte so den Eindruck, ja, der Dennis hatte mehr Karten, glaube ich, in der Auslage, aber mit weniger Siegpunkten und gut, aber am Ende war es relativ knapp. Also wir waren nur wenige Punkte auseinander am Ende. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also für den Preis gerade auch kann ich jedem empfehlen. Elava. Von der Berlin Con mitgenommen und noch direkt im Zug auf der Heimreise gespielt haben die Jasmin und ich Floral. Ein neues kleines Kartenspiel von der Edition Spielwiese für ein bis fünf Mitspielende ab acht Jahren und das ist in 15 bis 25 Minuten gespielt. Wir haben es hier zu tun mit einem Kartenlegespiel, bei dem es vor allem um Mehrheiten geht. Es erinnert so ein bisschen an Nimalia, wenn ihr das kennt. Also wir haben Karten, auf denen sind jeweils so sechs Felder abgebildet mit unterschiedlichen Blumenarten und wir ziehen Karten auf unsere Hand und immer, wenn wir dran sind, geht es darum, zu entscheiden, welche von diesen Karten lege ich jetzt in meine eigene Auslage, wobei ich, wenn ich das tue, immer mindestens zwei Felder von den Karten, die da schon liegen, überdecken muss und welche Karte lege ich als Auftragskarte in die allgemeine Auslage. Also hier haben wir so einen Multi-Use-Aspekt eigentlich der Karten, was ich ziemlich pfiffig finde, denn auf jeder Karte sind auch eine oder eins oder mehrere Felder der gleichen Farbe markiert und wenn man die als Auftragskarte in die allgemeine Auslage legt, dann kann man sich so eine Karte nehmen, wenn man über die Mehrheit dieser Blumenfarbe in seiner eigenen Auslage verfügt und gerade an der Reihe ist. Also ja, dieses Dilemma hat man da immer, dass man auch dann immer überlegt, okay, also welche Karte lege ich jetzt zu mir in meine Auslage, welche lege ich jetzt als Auftrag dahin, um die vielleicht dann in einem der folgenden Züge dann auch selber wieder nehmen zu können oder aber was überdecke ich jetzt bei mir in der Auslage, auch wenn ich da von bestimmten Farben vielleicht im Moment die Mehrheit habe, könnte es ja sinnvoll sein, die dann trotzdem zu reduzieren zugunsten von anderen Farben, weil da vielleicht gerade andere Karten in der Auslage liegen. Also das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, viel Spaß gemacht, ist auch schnell gespielt pro Runde. Wir haben es jetzt ausschließlich zu zweit gespielt, obwohl es bis zu fünf Mitspielenden ja funktioniert. Also das würde ich gerne mal auch mit mehreren Leuten noch spielen. Und ich finde, das ist so eines der Spiele, das hat auf jeden Fall diesen Aufforderungscharakter, Ja, spiel mich nochmal. Also noch eine Runde, um dann zu gucken, wie viele Punkte man dann macht. Das ist hier auf jeden Fall gegeben und deswegen, ja, uns hat das sehr gut gefallen und ich bin da auch gespannt auf weitere Partien. Dann habe ich mit dem Dennis zwei eher skurrile Spiele gespielt, die ihr vielleicht auch nochmal in meiner separaten Serie skurrile Spiele wiedersehen werdet. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht allzu sehr ins Detail gehen. Das erste war Shop in Time von Mercury Games für zwei bis acht Mitspieler ab 13 Jahren vom Autorin Daryl Andrews. Das ist kein ganz Unbekannter. Der hat zum Beispiel Bosk gemacht. Das ist so ein Spiel mit Naturthema, mit so Bäumen und Laub auf dem Cover. Das kennt ihr vielleicht. Das habe ich auch im Regal stehen. Leider noch nie gespielt. Und jetzt auch ganz aktuell Mistwind. Also nicht Mythwind, sondern Mistwind, was ja, glaube ich, jetzt in Essen der Messe der kommenden Messe dann auch zu sehen sein wird. Ja, Shop in Time, die etwas Älteren unter euch, mich ja eingeschlossen, die werden ja vielleicht noch die Serie oder die Sendung Der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt kennen, was früher auf RTL lief. Und Shop in Time bildet hier wohl das amerikanische Original dieser Gameshow ab. Es geht letzten Endes darum, wir bekommen Handkarten, da sind Produkte drauf und das Ganze hat auch eine App-Integration. Ohne die ist, glaube ich, auch gar nicht funktioniert. Und die App gibt dann pro Runde jeweils einen Preis vor, also eine Summe, die man nicht überschreiten darf. Und man versucht dann letzten Endes mit den Produkten, die man auf seiner Hand hat, also irgendwelche Produkte abgebildet und steht auch immer eine Jahreszeit dabei. Und man muss dann halt den Preis dieser Produkte im Kopf schätzen und daraus dann halt eine Summe bilden, um dann möglichst nah an diesen Preis von der App da, den die App da anzeigt, ranzukommen. Und man scannt dann die Karten auch immer ein jeweils und die App summiert das dann. Und am Ende wird halt aufgedeckt und wer oder ausgewertet und wer dann näher dran ist, der gewinnt dann die Runde. Ja, das ist so wie die Gameshow damals natürlich relativ spaßig. Allerdings der größte Kritikpunkt an der Stelle ist natürlich, dass das amerikanische Produkte sind. Also die Preise sind auch komplett in Dollar, was ja jetzt nicht weiter schlimm wäre. Allerdings sind es eben alles amerikanische Produkte. und man müsste dann zum Beispiel wissen, was hat eine Dose Bohnen in Amerika 1950 gekostet. Oder ein Stück Butter. Also für Deutschland könnte man sich das vielleicht noch ja so ungefähr herleiten oder weiß es vielleicht so ungefähr, aber für Amerika muss man da halt nochmal umdenken. Und wenn man jetzt kein Amerika-Experte ist oder amerikanische Geschichte, dann kann man das halt nur so grob abschätzen. Und naja, es hat bei uns auch erstaunlicherweise trotzdem relativ gut funktioniert und auch Spaß gemacht, wie gesagt. Und inwieweit das sich das jetzt verlängert tragen würde, weiß ich nicht. Man könnte es durchaus nochmal mit mehr Leuten auch spielen. Geht ja bis zu acht. Mitspieler, da müsste man mal gucken. Das zweite Spiel, was wir gespielt haben, das habe ich mitgebracht. Das ist Mountains Out of Mole Hills. Ja, das ist von The Op Games, ist der Verlag für zwei bis vier Mitspieler ab neun Jahren in 45 bis 60 Minuten gespielt. Ja, dieses Spiel hat eben ein ziemlich skurriles Thema. Wir sind nämlich Maulwürfe und wir schütten Maulwurfshaufen an der Oberfläche auf. Und der Aufbau dieses Spiels, die Tischpräsenz, ist, muss man sagen, eine Klasse für sich. Vielleicht kennt der oder die eine oder andere von euch Block & Key, da ist es nämlich genauso. Man macht nämlich die Schachtel auf, ich blende das euch auch ein, da sind so vier Säulen, Leisten drin, die steckt man dann so in die Unterseite des Kartons an die Ecken rein und dann kann man da oben eben so eine Pappplatte drauflegen, die dann auch dabei ist und man hat dann quasi zwei Spielebenen. Und man bewegt sich dann mit seinem Maulwurf, Karten getrieben auf der, im Untergrund quasi unter der Erde auf der unteren Ebene und schüttet, während man sich bewegt, dann eben oben auf der Ebene so Hügel auf. Es gibt dann so Plastikteile, die steckt man dann so ineinander und die stellen dann die Maulwurfshaufen da. Ja, es ist halt relativ glückslastig, es ist amerikanischer Verlag, es geht schon so ein bisschen in Richtung Ameritrash, aber ich muss sagen und ich glaube auch wenn der Dennis, bin mal gespannt, wenn er das erwähnt in seinem Aufgetischt, wir hatten doch für die Zeit, die wir es gespielt haben, jetzt doch, ja, Spaß. Also es ist jetzt auch nicht komplett zufällig, man hat dann immer so eine Kartenauslage und man kann sich dann halt auch in die Quere kommen, man bewegt sich dann entsprechende Karten, die man ausspielt. Ich werde es wahrscheinlich euch auch nochmal vorspielen als vorstellen, vorspielen vielleicht nicht, aber vorstellen als skurriles Spiel und ja, schauen wir mal, wann das das nächste Mal auf den Tisch kommt. In mehreren Partien und mit mehreren Runden habe ich Sowjet Kitchen gespielt. Ja, das ist vom gleichen Autor wie Houston and We Have a Dolphin Andreas Wilder und auch hier haben wir wieder ein recht skurriles Spiel vor uns. Hier ist das allerdings kooperativ und ist auch mit einer sehr guten App-Einbindung, ohne die das allerdings auch gar nicht funktionieren würde. Das Ganze ist geeignet für ein bis sechs Mitspieler, ist in 25 Minuten gespielt und ab zwölf Jahren geeignet. Es geht hier letzten Endes darum, es wird immer eine Karte aufgedeckt, da ist ein Gericht mit verschiedenen Bestandteilen drauf, zum Beispiel eine Wurst mit irgendwelchen Kartoffeln und Salatbeilage meinetwegen und alle diese Bestandteile haben unterschiedliche Farben und wir haben alle Handkarten mit verschiedenen Zutaten und es geht hier rein um die Farben, die wir dann zusammen mischen, um die Farbe von dem jeweiligen Bestandteil, von dem Gericht, was da gerade gefragt ist, zusammen zu mischen. Also die App zeigt dann zum Beispiel auf die Wurst, die hat dann halt irgendwie eine braune Farbe und dann alle Mitspieler versuchen dann, Karten beizusteuern, um halt durch die Mischung unterschiedlicher Farben von den Zutaten her genau diese Farbe zu erreichen. Man muss halt noch ein bisschen darauf achten, manche Zutaten können halt auch mal radioaktiv sein und das Ganze dann auch giftig machen und wenn halt der Giftlevel auf ein entsprechendes Niveau angestiegen ist, dann hat man dann auch verloren. Ja, also es hat jetzt keinen größeren Anspruch in dem Sinne, aber es macht durchaus Spaß. Also dieses Mischen von Farben steht halt im Vordergrund und man muss halt nur so eine grobe Vorstellung davon haben, welche Farbe zusammen mit welcher ergibt jetzt ungefähr was und da kann man sich so ein bisschen rantasten oder ranspielen und das kann man immer mal zwischendurch spielen und ja, insofern Sowjet Kitchen hat uns jeweils Spaß gemacht. Schnitzeljagd, das Spiel mit den grellen Farben kam auch mal wieder auf den Tisch. Für mich als Fan der Gestaltung von Dungeon Degenerates sind die Farben natürlich mutig und auch cool, aber es ist vollkommen klar, dass sich die Geister wahrscheinlich zu 50, 50 Prozent daran scheiden werden und ich denke auch die Spielmechanik wird nicht jedermanns Sache sein und ja, vielleicht sollten wir mal eine Top-Liste machen mit Spielen, die am meisten polarisieren, da wäre das wahrscheinlich dann auch mit drauf. Was man zu dem Spiel allerdings noch erwähnen könnte, sind die Autoren und zwar Matthew Dunstan und Brad Gilbert, die haben nämlich die Gilde der fahrenden Händler gemacht, was ja immerhin zum Kennerspiel des Jahres dieses Jahr nominiert war. Sollte man also meinen, da kann das Spiel doch nicht allzu schlecht sein, allerdings kann man die beiden Spiele natürlich auch nicht so richtig gut vergleichen. Ja, vielleicht kurz, worum geht es hier bei Schnitzeljagd? Das ist so ein Spiel, da geht es darum, ich denke, dass du denkst oder ich hoffe, dass du denkst, dass ich nicht das denke. Also wir haben eine Nahrungskette, wir haben jeder fünf Karten auf der Hand, nämlich ein Bär, einen Wolf, einen Luchs, eine Eule und eine Maus und es geht dann darum, die in einer Runde auszuspielen. Also wir wählen eine von unseren Karten aus, legen die verdeckt auf den Tisch, das macht jeder und dann wird die Nahrungskette von oben nach unten durchgegangen, dann wird dann quasi gefragt, wer hat einen Bär ausgespielt? Wer das gemacht hat, deckt dann den Bären auf und wenn das nur einer oder eine gemacht hat, dann wird weiter gefragt, welches Tier der Bär denn fressen möchte. Sollten mehrere Tiere von einer Art aufgedeckt werden, dann verjagen die sich quasi gegenseitig und dürfen dann auch nichts fressen. Und der Bär sagt dann zum Beispiel, ich möchte eine Maus fressen und dann müssen alle, die eine Maus gelegt haben, die aufdecken und die sind dann raus aus der Runde. Und es ist dann so, also Ziel ist es dann, in einer Runde möglichst nicht gefressen zu werden und wenn man es zum Beispiel schafft, mit den Karten, die weiter hinten in der Nahrungskette sind, also jetzt Maus oder Eule zum Beispiel, zu überleben, dann gibt es auch mehr Punkte. Also für den Bär, wenn man dann den zu sich nehmen kann, weil man eben nicht gefressen wurde, gibt es nur einen Punkt und für die Maus am anderen Ende entsprechend fünf Punkte. Und wer dann am Ende der Runde eben mit den meisten Karten überlebt hat, die werden dann summiert und wer die meisten Punkte hat, bekommt dann zwei Pilze und wer auch überlebt hat, bekommt immer noch einen Pilz und wer dann fünf Pilze am Ende der Partie hat, derjenige gewinnt dann. Ja, wie gesagt, also wir hatten durchaus schon Spaß mit dem Spiel, haben auch schon herzlich dabei gelacht, je nach Situation und ja, vielleicht ist das auch für die jüngere Zielgruppe durchaus geeignet, wenn die dann mal Mama und Papa auffressen dürfen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, auch für viele Spieler ist das so in der netten Runde mal ganz nett, so als Auflockerung mal zwischendurch, funktioniert ja auch für bis zu fünf Mitspieler, also auch ganz passend. Ich habe es jetzt selber nicht im Regal, muss man kurz überlegen. Nein, ich habe es nicht. Habe jetzt auch keine besondere Motivation, mir das zu kaufen, aber ich würde es jederzeit auf jeden Fall mitspielen und aus meiner Sicht ist das kein schlechtes Spiel. Eines Wochenends begab es sich, dass ich mich in einem Spielefachgeschäft wiederfand und dort Havalandi reduziert auf lediglich 15 Euro im Regal habe stehen sehen. Havalandi ist ein Spiel von Pegasus für zwei bis vier Mitspielende ab acht Jahren und ist in 40 bis 60 Minuten gespielt. Das Ganze und das ist nicht unerwähnenswert von Dr. Rainer Knizia. Ja, und ich fand auch das Cover durchaus sehr ansprechend und dann habe ich mir gedacht, für 15 Euro kann man das ja mal mitnehmen. Ja, gesagt, getan und ich habe es dann auch zeitnah mit der Jasmin im Rahmen einer zweier Partie gespielt. Und ich finde, Havalandi, ja, da merkt man, da müssen eigentlich die Mechanismen zuerst da gewesen sein und dann hat man überlegt, hm, was kann man denn da annähernd passendes an Thema drüber stülpen. Denn ich finde, ja, vom Ergebnis her passen die Regeln zum Thema ungefähr so gut, wie sich Gustav auf Gasthof reimt. Also, ein bisschen fragwürdig. Vielleicht mal ganz grob, was wir da machen. Wir haben ein ziemlich großes Spielbrett mit Sechseckfeldern, so in Dreiecksform ist das Ganze gehalten. Dann haben wir einen etwas größeren Pappballon, zeige ich euch gleich auch auf dem Foto nochmal. Den muss man zuerst selber zusammenbauen und der wandert würfelgetrieben so außen um das Spielfeld drumherum und je nachdem, wo der stehen bleibt, weil es ja Sechseckfelder sind, bilden sich so zwei gedachte Linien aus von diesem Ballon und auf diesen Linien kann man dann eigene Ballons aus dem eigenen Vorrat platzieren. Die hat man in Form von so Pappmarkern. Da gibt es dann auch noch Ballons mit Spezialfähigkeiten, von denen man dann jeweils noch einen hat. Und es geht dann letzten Endes darum, so Gruppen beziehungsweise Flotten heißt das dann in dem Spiel zu bilden und das möglichst in Form von verschiedenen Untergründen. Ich glaube, es gibt da so vier verschiedene Untergründe, Wiese, Feld und was auch immer. Und je mehr unterschiedliche Untergründe so eine Flotte mit einschließt, je mehr Punkte gibt es, wenn man diese Flotte dann aufsteigen lässt. Und das kann man dann aber auch nur machen, wenn mindestens einer der Ballons von dieser Flotte sich auf dem Weg befindet, der sich dann so in der Mitte des Spielfelds befindet. Warum sich einer der Ballons auf dem Weg befinden muss, das bleibt geheimnis des Spiels, hat sich mir jetzt nicht unbedingt erschlossen. Also kurzum, Havalandi war, denke ich, eine der Enttäuschungen neben Tic Tac Town dieses Mal. Das war für uns beide, denke ich, zu abstrakt und einfach vom Thema her etwas fragwürdig. Zu zweit hat man einfach auch so ein bisschen nebeneinander hergespielt. Es kann natürlich sein, dass das mit mehr Leuten anders aussieht. Also wir sind uns relativ wenig in die Quere gekommen, haben dann halt so unsere Ballons platziert, die dann immer mal aufsteigen lassen. Die Jasmin hat noch mehr auf die beiden Auftragskarten geachtet, die da am Anfang einer Partie ausgelegt werden. Die habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Deswegen hat sie am Ende nochmal mehr Punkte bekommen. Da sind dann nochmal so Muster drauf, die man dann erfüllen kann, wenn man die am Spielende erfüllt hat. Dann gibt es halt nochmal extra Punkte. Ja, also ich muss sagen, da hält sich die Motivation, das Ganze nochmal zu spielen, doch in engen Grenzen. Also wir wollen es vielleicht nochmal mit drei oder vier Mitspielern ausprobieren, wobei ich nicht glaube, dass das an meinem Urteil jetzt sehr viel ändern wird. Tada, kommen wir dann zu meinem Highlight des Monats und das ist Botanik. Ja, das ist in mehrerlei Weise ungewöhnlich, gerade auch für mich, weil es sich dabei um ein reines Zwei-Personen-Spiel handelt. Das Ganze ist auch nicht so einfach zu bekommen. Ich glaube, es gibt immer noch keinen deutschen Verlag, der sich das mal gesichert hat. Ich habe mein Exemplar tatsächlich direkt in Frankreich, in Straßburg gekauft, beim Philibert Shop und ist auch eine rein französische Version, ist nicht mal eine englische Anleitung dabei. Mein Französisch ist jetzt nicht so gut, deswegen habe ich mir dann auf BGG halt mal die, eine englische Anleitung zumindest runtergeladen. Aber wenn man es einmal verstanden hat und verinnerlicht die Regeln, dann ist es mehr oder weniger sprachneutral, also die Plättchen sind sprachneutral und dann braucht man die Anleitung auch nicht mehr. Deswegen funktioniert für mich auch eine französische Version eigentlich wunderbar und kann das auch jedem, wenn ihr es nicht anderweitig bekommen solltet, das auch so empfehlen. Was ist jetzt das Tolle an Botanik? Und wie gesagt, Botanik, nicht Botanikus. Ja, Botanikus ist was anderes, sondern Botanik ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, ist von den Space Cowboys, ist in 30 Minuten gespielt und ab zwölf Jahren. Das Ganze ist von drei französischen Autoren, die mir jetzt erstmal so nichts gesagt haben. Die waren allerdings teilweise auch an Maui und Jamaika beteiligt. Diese Spiele könnte man vielleicht noch kennen. Ja, im Prinzip handelt es sich hier um ein Plättchen- Legespiel mit wirklich sehr schönem Steampunk-Thema, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Allerdings mit einigen besonderen Kniffen, die es zu was Besonderem machen aus meiner Sicht. Also wir haben praktisch eine Auslage, wir spielen ja höchstens zu zweit und pro Runde werden immer drei Plättchen aufgedeckt. Da sind immer so Rohre drauf. Wir starten jeder mit einem Plättchen, da ist so eine Quelle drauf und es geht nun darum, dass wir uns in unserer Auslage so ein Rohrsystem zusammenpuzzeln. Und auf diesen Rohren sind, das erinnert mich so ein bisschen an Transmissions, falls ihr das kennt, auch so Blumen, Blümchen drauf, die geben dann unter gewissen Umständen am Ende dann auch nochmal Punkte. Und das Besondere ist jetzt aber, dass man ein Plättchen nicht direkt aus der Auslage nehmen und zu sich in seine Auslage einpuzzeln darf, sondern es gibt noch eine allgemeine Auslage, bestehend aus so drei Reihen in der Mitte und da muss man es erst mal reinlegen. Und zwar hat jeder da eine eigene Reihe, das sind also Plättchen, die bekommt man auf jeden Fall selber und eine Reihe mit Stapeln in der Mitte. Und um jetzt ein Plättchen zu bekommen, muss man das erst mal in seine Reihe platzieren und dann später neben dieses Plättchen in die Mitte ein Plättchen legen, was weder von der Form noch von der Farbe her, also es gibt die Plättchen in vier verschiedenen Farben, glaube ich, dem eigenen Plättchen entspricht, dann hat man es sozusagen freigelegt. Und da kann man auch immer schon ein bisschen taktieren, denn auf der anderen Seite liegt ja dann vielleicht auch ein Plättchen vom Gegner. Also da kann es dann eben sein, dass man dann auch dem Gegner ein Plättchen freischaltet, wenn es vielleicht nicht anders geht. Das versucht man natürlich gerne zu vermeiden. Also schon dieses Taktieren da in der Mitte ist auf jeden Fall schon sehr schön. Und dann, wenn man so ein Plättchen freigespielt hat, erst dann kann man es in die eigene Auslage legen und legt es dann passend nach den Legeregeln an. Man muss natürlich die Rohre entsprechend verbinden, das ist klar. Allerdings als Besonderheit, man muss es auch nicht unbedingt passend an ein bestehendes Rohr anlegen, sondern kann es auch parallel irgendwo anlegen, um es vielleicht später dann noch zu verbinden. Ja, es darf natürlich nicht sein, dass ein Rohrende direkt irgendwo im Nichts endet, also an ein anderes Plättchen anstößt, wo es keinen Anschluss hat. Das geht nicht. Aber schon, dass man diese Möglichkeit hat, dass also ein Plättchen legen nicht unbedingt vergebens ist, sondern man das halt später noch anschließen kann. Denn am Ende gibt es dann unter anderem Punkte auch für die größten Bereiche der gleichen Farbe, die man so in dem Rohrsystem dann zusammengepuzzelt hat. Außerdem gibt es noch Botanica auf den Plättchen, die kommen jetzt nicht so häufig vor. Aber wenn man die legt und es dann gut anstellt, bekommt man unter Umständen sogar zwei Plättchen in einem Zug, was dann auch nochmal ein Bonus ist. Also Botanik, das hat die Jasmin und ich durchaus sehr begeistert. Wir haben das auch immer wieder in mehreren Partien gespielt und das bietet so viel taktische oder spielerische Varianz einfach, dass das auch über mehrere Partien hinweg durchaus trägt und auch immer wieder zum Wiederspielen auffordert. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir das beim Filibert in Frankreich wirklich rein aufgrund des Covers gekauft. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich hatte das, glaube ich, schon mal gehört, dass das ganz gut sein soll, aber habe es einfach mal mitgenommen und habe es durchaus auch nicht bereut. Also wenn ihr gerne zwei Personenspiele mal spielt und ihr sucht noch was richtig Gutes und ihr seht mal Botanik irgendwo wirklich Pflichtkauf. Also besorgt euch das. Das war auf jeden Fall meine Überraschung des Monats, auch als reines Zwei-Personen-Spiel und damit meine absolute Empfehlung. Kommen wir dann zu den Social Deduction Spielen, von denen es ja durchaus einige in dieses aufgetischt geschafft haben und starten da direkt mit dem größten Brecher und zwar Battlestar Galactica. Ja, ein absoluter Klassiker mittlerweile aus dem Jahre 2008, da bereits erschienen für drei bis sechs Mitspieler und auf der Packung steht 120 bis 180 Minuten, was bereits so eine kleine Warnung auch darstellen sollte für Mitspieler, die Spiele mit ausufernder Spielzeit doch eher meiden, denn ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass diese Spieldauer bei diesem Spiel doch in der Regel mindestens erreicht, wenn nicht sogar überschritten wird, so auch die Erfahrung jetzt hier aus unserer Partie. Ja, ich hatte Battlestar Galactica in meinem Video über seltene Spiele erwähnt, woraufhin der Manuel, einer unserer Zuschauer, sich gemeldet hatte und uns angeboten hatte, das Spiel doch mal mitzubringen und da eine Partie mit uns zu spielen. Und das haben wir natürlich gerne angenommen, weil ich glaube, sowohl beim Dennis als auch bei mir war das ja noch so ein schwarzer Fleck auf der Spielelandkarte und wir haben dann im Rahmen eines Spieleabends das Spiel in einer Fünferpartie gespielt, noch zusammen mit dem Michael und dem Niklas. Und ja, ich glaube, wir haben da durchaus so vier oder fünf Stunden gesessen und die Partie ist uns auch durchaus in Erinnerung geblieben. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Hintergrund des Spieles, der auch erwähnenswert ist, denn das Spiel basiert auf der Serie Battlestar Galactica aus dem Jahre 2004. Es gab ja noch eine Originalserie von 1978 und die Serie von 2004 ist jetzt so quasi das Remake, wobei es auch inhaltliche Änderungen gibt und eine davon kommt auch hier in dem Spiel zum Tragen, nämlich die Celonen, die in der Originalserie noch ja außerirdische Invasoren waren, die äußerlich auch wie Roboter ja aussahen, sind jetzt von den Menschen selbst geschaffene Androiden, die den Menschen äußerlich eben auch zum Verwechseln ähnlich sehen, also auf den ersten Blick so gar nicht zu unterscheiden sind und sich ja wie so häufig jetzt eben gegen ihre Erschaffer wenden und dadurch haben wir eben in diesem Spiel jetzt die beiden Fraktionen Celonen und Menschen, also diese beiden Rollen, die werden dann auch am Anfang entsprechend zufällig verteilt, also mindestens ein Mitspielender ist dann Celonen und dann gibt es eben die Menschen und diese beiden Fraktionen haben unterschiedliche Ziele. Die Menschen möchten mit ihrem Raumstift der Battlestar Galactica wieder nach Hause kommen, also die Erde erreichen. Dafür müssen sie während des Spieles eine gewisse Distanz überwinden, dazu auch diverse Raumsprünge vollziehen. Die Celonen versuchen genau das zu verhindern, indem sie eben das Ganze sabotieren und dann auch versuchen, die Battlestar Galactica zu beschädigen und bestenfalls dann auch zu zerstören. Ja, ganz grob vielleicht nur, wie läuft das Ganze ab? Das ganze Spiel ist kartengetrieben. Wenn man dran ist, führt man vier verschiedene Schritte immer in der gleichen Reihenfolge aus. Also ganz zu Anfang bekommt jeder einen bestimmten Charakter. Ich war Pilot. Das heißt, ich hätte mich dann in oder ich konnte mich in diese Vipers, diese kleinen Raumschiffe reinsetzen und draußen ein bisschen rumfliegen und Raumkämpfe vollziehen. Das hat allerdings unser verdeckter Celon, da ist auch gleich noch mehr gekonnt zu verhindern, gewusst. Also der wollte mir nicht gönnen, dass ich ein bisschen Spaß habe draußen im Weltraum. Schade. Ja, ist leider nichts geworden. Also wenn man dran ist, zieht man erst mal Karten nach von diversen Stapeln und zwar gemäß der Fähigkeiten des eigenen Charakters, zieht man da unterschiedliche Karten. Ja, dann bewegt man sich auf dem Raumschiff. Da gibt es so verschiedene Orte und oder aber wenn man jetzt, wenn man Pilot ist, sitzt in einer Weiber, kann man dann halt draußen rumfliegen und dann eben Raumkämpfe bestreiten. Dann führt man eine Aktion aus, nämlich dann entweder die Aktion von dem Ort, wo man gerade ist oder halt mit Hilfe von einer seiner Handkarten. Und als viertes zieht man dann eine Krisenkarte. Das heißt, da tritt dann irgendein Ereignis ein. Das ist dann meistens dann auch was Schlechtes für die Menschen. Und so eine Ereigniskarte kann dann auch einen sogenannten Fertigkeitscheck beinhalten. Das heißt dann, da sind dann alle Mitspieler involviert und müssen dann Karten von ihrer Hand auf einen Stapel verdeckt in der Mitte spielen. Und das wird dann am Ende ausgewertet, weil dieser Fertigkeitscheck, der da beschrieben ist, der beinhaltet dann eben, man braucht von dem und dem Wert in der Summe so und so viel, sonst passiert eben das und das. Und das wird dann halt durchgezählt. Und ja, wenn das halt klappt, ist die Krise abgewendet, wenn nicht halt nicht. Und die verdeckten Zylonen als auch schon enttarrte Zylonen können sich eben auch daran beteiligen, entsprechend dann eher negative Karten reinspielen und eben so versuchen, dass das Ereignis, wenn es etwas negatives ist, dann eben entsprechend eintritt. Ja, das Ganze passiert eben über eine nicht definierte Anzahl von Runden, bis eben eine der Fraktionen das Ziel erreicht hat. Die Zylonen, wenn man Zylonen ist, kann man sich dann irgendwann auch freiwillig dann enttarnen. Dadurch ändern sich dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten, die man hat. Man kann den Menschen dadurch dann aber auch mehr Schaden zufügen oder offensichtlicher Schaden zufügen als vorher. Ja, das mal so ganz grob vom Ablauf her. Und ja, wie war das jetzt in unserer Partie? Wie gesagt, ging relativ lange. Ich meine vier bis fünf Stunden. Das Ganze ging erst mal so relativ entspannt los. Man hat sich so ein bisschen rangetastet jeder. Und ich kann es schon mal sagen, also der verdeckte Zylonen von Anfang an. Das war der Manuel, also unser Mitspieler, der das Ganze auch mitgebracht hat. Der hat sich auch erst mal gar nicht zu erkennen gegeben. Da wäre glaube ich auch erst mal niemand drauf gekommen, dass er jetzt der Zylonen ist. Und ja, wir Menschen hätten dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Gelegenheit gehabt oder da war es schon vielleicht sogar ein bisschen offensichtlich, dass er es ist. Und wir hätten ihn dann in die Brick, also ins Gefängnis stecken müssen. Wir haben diese Gelegenheit allerdings verpasst. Und daraufhin hat sich dann der Manuel enttarnt als Zylonen. Hatte zwischenzeitlich dann auch den Michael auf seine Seite gezogen. Also der Michael war vorher Mensch und der Manuel hat ihn dann konvertiert zum Zylonen. Das geht halt auch unter gewissen Umständen. Und das heißt, wir hatten dann die Situation zwei Zylonen gegen drei Menschen. Und ja, mit dem Manuel wohl als erfahrenen Spieler, ja, wir hatten halt keine Chance mehr. Das waren also die letzten anderthalb Stunden ungefähr. Haben wir dann, also wir haben noch versucht, dagegen zu arbeiten. Aber im Endeffekt konnten wir dann nur noch zusehen, wie unsere schöne Battlestar Galaktika da quasi auseinander genommen wurde, Stück für Stück zerfallen ist, die Räume zerstört wurden. Ich konnte als Pilot dann auch gar nicht mehr raus, weil der Hangar war die meiste Zeit zerstört. Und man kann ihn dann auch wohl wieder reparieren. Aber das hat dann alles nicht mehr funktioniert. Also wir haben dann nur noch zugeschaut praktisch, ja, wie unsere Mission als Menschen gescheitert ist. Und die Zylonen haben dann am Ende auch gewonnen. Ja, das war natürlich vom Erlebnis her dann nicht so positiv für uns Menschen. Auf der anderen Seite, das Gesamterlebnis war dann natürlich wiederum ein Erlebnis. Allerdings jetzt, um dann vielleicht mal kurz zu meinen Kritikpunkten zu kommen, natürlich wäre da zum einen die Spieldauer, ja. Wobei Spieldauer ist ja immer relativ. Es gibt natürlich auch Mitspieler, die sagen, okay, fünf Stunden für ein Spiel bin ich nicht gewillt zu investieren. In der Zeit kann ich drei andere Spiele spielen vielleicht, ja. Ist legitim, vollkommen okay. Ich muss allerdings sagen, wenn man sich jetzt hier in dem Fall auf das Spiel einlässt, auf diese ganze, auf das, auf die Story, die da passiert, in dem Moment kreiert wird, dann vergeht die Zeit auch relativ schnell, ja. Und man ist ja auch involviert, gerade bei diesen Fertigkeitschecks, die ja dann auch immer wieder stattfinden. Muss man ja auch gucken, muss man Karten reinspielen, ja. Also auf diese Weise könnte man dann sagen, okay, die Zeit vergeht relativ schnell. Wenn einem das Ganze allerdings keinen Spaß macht oder man da sowieso gedanklich nicht so involviert ist, dann kann das halt sehr, sehr zäh werden. Weil, und das ist so der zweite Kritikpunkt, in Anführungsstrichen, von mir jetzt, wenn man, also, nee, anders gesagt, es dauert teilweise natürlich relativ lange, auch je nachdem, wie viele Mitspieler da sind, bis man wieder dran ist. Und das, was man da macht, ist dann mehr oder weniger auch dann schnell wieder rum. Und dann ist halt dann der Nächste auch wieder dran. Also man wartet teilweise relativ lange. Also gemessen an der Gesamtspielzeit von im schlechtesten Fall, in Anführungsstrichen, vielleicht vier oder fünf Stunden, ist der Anteil, den man jetzt da tut, an Aktionen oder kann relativ gering sein. Ja, das könnte man als Kritikpunkt anführen. Aber wie gesagt, wenn man das als Ganzes betrachtet, mit der ganzen Story drumherum, relativiert sich das natürlich auch wieder. Aber es dauert. Und gerade die Erstpartie ist natürlich auch dann so eine Sache. Man weiß eigentlich so gar nicht, was mache ich denn jetzt am besten? Was ist denn jetzt klug? Der Manuel hat am Anfang auch so ein bisschen Tipps gegeben. Das war dann ganz okay. Aber ich denke, Battlestar Galactica ist auf jeden Fall so ein Spiel, das muss man einfach auch öfter spielen, weil es sonst vielleicht auch schade drum ist. Es sei denn, man hat die Erstpartie jetzt hinter sich und sagt, okay, das war jetzt gar nichts für mich. Sei es jetzt das Thema oder eben von der Art von Spiel her, ist es auch vollkommen legitim. Ansonsten sollte man das einfach häufiger spielen und dann nochmal gucken, weil ich denke, dass sich dann auch erst dann erst der eigentliche Spielspaß dann da entwickelt. Ja, ich selber besitze das Spiel nicht. Bei mir steht allerdings der inoffizielle Nachfolger im Regal, nämlich abgrundtief. Und falls ihr beide Spiele besitzt und vielleicht auch beide sogar schon mal gespielt habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie sich die so gegeneinander verhalten, was so die Unterschiede sind. Also abgrundtief soll ja ein bisschen gestreamlinter sein noch. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, abschließend gesagt, auch wenn, wie gesagt, diese Erfahrung für mich als Mensch in diesem Spiel jetzt nicht die beste war, gerade zum Ende hin, würde ich es, denke ich, doch schon nochmal mitspielen, ja, um einfach mal zu gucken mit ein bisschen mehr Wissen, wie sich das so dann entwickelt, ob man dann vielleicht auch früher erkennt, wer ist denn der Zilon und ob man dann auch die geeigneteren Maßnahmen dagegen ergreifen kann oder nicht. Ja, so viel zu Battlestar Galactica. Dann kommen wir zum nächsten Social Deduction Kracher und zwar Feed the Kraken von Fun Tales aus dem Jahre 2022 für fünf bis elf Mitspieler sage und schreibe und laut Packung in 45 bis 90 Minuten gespielt, wobei ich finde, dass diese Angabe der Spielzeit in diesem Fall auch durchaus zutreffend ist, also eine überschaubare Spielzeit. Ja, womit haben wir es hier zu tun? Es gibt drei Fraktionen, die alle zusammen auf einem Segelschiff auf dem Meer unterwegs sind. Es gibt die Piraten, die Kultisten und die Segler. Alle haben wiederum unterschiedliche Ziele. Die Piraten möchten gerne letzten Endes in ihrem Piratenhafen ankommen, die Segler im Seglerhafen, wohingegen die Kultisten gerne dem Kraken in der Mitte der Karte ein Besuch abstatten möchten, um sich diesem possierlichen Tierchen dann bestenfalls zu opfern und dadurch das Spiel zu gewinnen. Letzten Endes geht es per Runde darum, dass das Schiff jeweils in eine bestimmte Richtung weiterfährt und das Interessante ist hier, dass diese Entscheidung, wohin es denn nun geht, immer von einem Dreiergespann in Anführungsstrichen getroffen wird. Und zwar gibt es da den Kapitän, der wechselt dann immer auch im Laufe des Spiels. Und der Kapitän sucht sich dann jeweils einen Leutnant und einen Navigator aus. Und jeder Beteiligte kann dann mithilfe von Karten die letztendliche Entscheidung, in die dieses Schiff sich bewegt, dann auch wiederum beeinflussen. Verdeckt natürlich, was dann wiederum so mehrere Ebenen schafft, auf denen dann auch deduziert werden kann, was das Ganze eben auch ziemlich spannend macht. Und es war jetzt in unserer Partie hier so, dass, ja, mir ist da am Anfang leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Es war, muss man sagen, schon relativ spät. Ich glaube, wir haben so gegen 23 Uhr erst angefangen. Also wir waren eine größere Runde, ich glaube zu siebt oder zu acht. Und das war ja nicht meine erste Partie. Und ich habe aus unerfindlichen Gründen nicht so genau auf die Karte geguckt und war so der Meinung, dass sich der Seglerhafen doch auf der linken Seite befindet auf der Karte und nicht auf der rechten, wo er tatsächlich ist. Also ich war selber Segler und habe dann eben zu einer Entscheidung beigetragen, die das Schiff eher linker Hand bewegt hätte. Und ja, damit war ich vor allem dann wohl beim Benni für den Rest des Spiels als Pirat gebranntmarkt, obwohl ich eigentlich für den Rest des Spiels dann schon auch dagegen gearbeitet habe. Also mich dann sehr für die Segler eingesetzt habe. Aber klar, sowas sollte einem natürlich nicht passieren. Da hätte ich natürlich einfach besser hingucken können. Ansonsten war das eigentlich wie immer bei diesem Spiel eine tolle, lustige Partie. Wir hatten eigentlich alle möglichen Situationen dabei. Auch dann jemanden, der dann noch während des Spiels zum Kultisten konvertiert wurde von dem Kultistenanführer. Und ja, also Feed the Kraken, das ist so ein Spiel, das generiert natürlich dann auch High-Five-Momente am Ende. Und das lebt natürlich auch davon, dass man sich auf das Spiel einlässt, dass man da aktiv mitmacht, das beeinflusst, dass man aktiv die anderen Leute beschuldigt, bestimmte Rollen inne zu haben. Und das ist so ein Spiel, das würde ich jederzeit immer wieder mitspielen. Es ist eben gerade auch für größere Runden absolut sehr, sehr gut geeignet, weil eben überschaubare Spieldauer bei auch überschaubarer Komplexität und es einfach eine Menge Spaß bringt. Ich habe es selber immer noch nicht im Regal. Ganz einfach deswegen, weil sich die Gelegenheit für so große Runden dann doch eher selten ergibt. Und ich eigentlich doch genug Leute kenne, die es dann selber haben. Und ja, wie gesagt, wenn sich das ergibt, bin ich jederzeit dabei. Daumen hoch. Kommen wir dann zum wahrscheinlich skurrilsten Vertreter aus der Reihe der Social-Deduction-Spiele. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern wahrscheinlich auch generell. Nämlich Houston We Have a Dolphin. Das war ein Kickstarter aus dem Jahr 2020 für drei bis fünf Mitspieler und tatsächlich, Achtung, in 20 bis 40 Minuten gespielt. Also für ein Social-Deduction-Spiel doch eine sehr, sehr kompakte Spielzeit. Das ganze Spiel stammt vom Autoren Andreas Wilde. Den wiederum kennen wir bereits von einem ähnlich skurrilen Spiel, auch mit sehr guter App-Anbindung, nämlich Soviet Kitchen. Ja, bei Houston We Have a Dolphin sind wir in einem Raumschiff unterwegs. Die Erde ist wohl zerstört worden und wir sind wohl auf dem Weg zu einem neuen Planeten, wo wir dann leben wollen. Allerdings ist der Bordcomputer ausgefallen. Warum? Weil eine Sardelle im Diskettenlaufwerk gefunden wurde. Also es gibt anscheinend noch Diskettenlaufwerk auf diesem Raumschiff. Alleine das könnte ja schon ein Grund zur Sorge sein. Und damit wir als Menschen den Bordcomputer neu starten können, brauchen wir allerdings mehr Energie. Und wir haben drei Außenmodule an dem Raumschiff dran, die für sich genommen jedes zu viel Energie verbraucht. Und deswegen müssen wir die abkoppeln. Gleichzeitig gibt es noch die zweite Fraktion, nämlich die Delfine. Ganz logisch, Delfine auf dem Raumschiff. Und die Delfine wollen allerdings nicht auf unserem wunderbaren neuen Planeten ankommen, sondern die wollen das Raumschiff lieber fluten, weil ihnen ein geflutetes Raumschiff natürlich deutlich besser gefällt. Ja, das ganze Spiel hat eine sehr, sehr umfangreiche App-Anbindung. Also die App, die es dazu gibt, die ist da sehr eng mit dem Spiel verzahnt. Was allerdings in diesem Fall auch gar kein Nachteil ist, wie ich finde, sondern wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Man nimmt im Prinzip sein Handy, startet die App und legt das auf den dafür vorgesehenen Platz auf das Spielbrett drauf. Und man vergisst dann in dem Moment eigentlich auch so, dass das das eigene Handy ist, sondern man nimmt das dann wirklich so als Display im Rahmen dieses Spiels wahr. Und es werden dann anfangs, werden auch die Karten, die dann verteilt werden, das macht alles die App, die werden alle einmal eingescannt. Und die App verteilt die dann auf die Slots auf dem Spielbrett und an die einzelnen Mitspielenden. Und jeder Mitspieler ist dann da eine bestimmte Fraktion. Da gibt es auch sehr lustige Namen. Und ja, es geht dann letzten Endes darum, eben diese drei Module dann im Spielverlauf möglichst abzukoppeln. Also das wollen eben die Menschen. Und in jedem dieser Module liegt dann auch eine Karte. Das ist dann ein Charakter, kann ein Mensch oder ein Delfin sein. Und da kann man sich dann jeweils entscheiden, ob man den rettet oder nicht. Und wenn das halt ein Delfin ist, kann man dann aber auch im Laufe des Spieles noch zu einem Delfin werden. Und genauso im Spielverlauf sagt dann immer die App, wenn es dann darum geht, also wir müssen Außenmissionen am Schiff durchführen, um eben diese Module abzukoppeln. Und die App sagt dann jeweils, wo jetzt die nächste Karte platziert werden soll. Und derjenige, der dann dran ist, der legt dann da eine Karte verteilt hin und bestimmt dann den Nächsten, der die nächste Karte anlegen soll. Und damit so ein Modul erfolgreich abgekoppelt werden kann, brauchen wir zum einen einen Helden, der muss so mittig platziert werden am Schiff. Und links und rechts braucht er noch Unterstützung, also Zuarbeit quasi. Und das muss dann eben entsprechend passen, von den Karten her, die da hingelegt werden. Und diese Karten werden halt erstmal verdeckt gelegt und man kann das dann eben sabotieren. Man kann dann praktisch den Helden in der Mitte, kann man dann auch umbringen, wenn man dann die entsprechenden Karten legt. Ja, also mich spricht dieses absolut skurrile Thema natürlich absolut an. Ja, also ich finde das richtig gut. Und natürlich auch die kompakte Spielzeit. 20 bis 40 Minuten für ein Social-Didaktion-Spiel ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Unsere Partie war auch dann relativ überschaubar von der Spieldauer her. Das Besondere war, glaube ich, dass wir ganz zu Anfang gar keinen Delfin im Spiel hatten, sondern tatsächlich alles Menschen waren. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß es leider nicht mehr genau, muss ich wohl irgendwas gemacht haben, obwohl ich auch selber Mensch war, was die anderen dann dazu genötigt hat zu denken, ich wäre ein Delfin. Ja, hat sich da aber im Gegensatz zu viel zu cracken, dann im Spielverlauf dann wieder relativiert und die Jasmin, die noch mitgespielt hat, also Michael, Benni und Jasmin und ich haben gespielt. Und die Jasmin hatte dann ein Modul abgekoppelt und hatte dann dort die Karte aufgenommen. Und das war dann wohl ein Delfin. Und dann ist sie zum Delfin geworden, erst im Spielverlauf. Und stand dann also uns drei Menschen gegenüber und hatte dann aber gegen drei Menschen dann also keine Chance, letzten Endes das Schiff zu fluten. Also unterm Strich, kurz gesagt, nachdem ich jetzt schon wieder ziemlich viel darüber geredet habe, wenn ihr überhaupt die Möglichkeit habt, dieses Spiel zu bekommen und ihr mögt Social-Deduction-Spiele, scheut aber eine damit normalerweise verbundene längere Spielzeit, dann ist das eine absolute Empfehlung von mir. Alleine schon aufgrund dieser wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungenen App-Anbindung. Man muss deswegen auch nicht viel Anleitung lesen. Die Anleitung hat, glaube ich, nur vier Seiten, aber selbst die muss man eigentlich nur mal kurz überfliegen, weil die App einen dann soweit dann durch das Spiel eigentlich durchführt. Also war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Und ja, Michael, der das Spiel dabei hatte, bringe das gerne mal wieder mit, würde ich gerne mal wieder mitspielen. Und wenn es mir mal irgendwo über den Weg läuft, zu einem angemessenen Preis, ja, könnte ich durchaus da auch schwach werden. So, lange Rede, langes Video, aber jetzt sind wir durch mit all den Spielen. Bleibt mir noch die Frage des Monats zu beantworten, dieses Mal wieder mal von Dennis. Und zwar geht es um Spielerhilfen, inwieweit diese sinnvoll sind und ob Spiele so etwas brauchen. Ja, also ich bin grundsätzlich pro Spielerhilfen, natürlich. Ich finde gerade auch bei Spielen, wenn man eben so was hat, wie bestimmte Abfolgen, die man einhalten muss. Oder wenn man eine Aktionsauswahl hat, die eben aus mehreren möglichen Aktionen besteht. Da ist sowas natürlich richtig, richtig hilfreich, wenn man dann eben jedem einfach zusätzlich zu einer guten Erklärung vorab natürlich einfach eine Spielehilfe hinlegen kann. Und zwar allen, nicht nur vielleicht zweien von fünf, sondern eben für jeden eine Spielehilfe auch dabei ist. Kann man hinlegen und jeder kann, während die anderen dann dran sind, auch noch mal ohne vielleicht mal nachfragen zu müssen, einfach da drauf gucken und weiß dann Bescheid. Ja, warum das nicht jedes Spiel hat, kann ich mir eigentlich nur Kostengründe vorstellen letzten Endes. Zum einen vielleicht die Materialkosten, die werden wahrscheinlich jetzt nicht so exorbitant sein bei einer Spielehilfe. Natürlich auch die Zeit, die man noch investieren müsste als Verlag, um vielleicht auch eine richtig gute Spielehilfe dann zu produzieren. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall sinnvoll. Und vielleicht sagt man dann auch als Verlag, ja gut, zum Spielen sind Spielehilfen ja nicht unbedingt notwendig. Ja, es gibt ja die Regel und theoretisch kann man sich anhand der Regel ja das Spiel erarbeiten. Andererseits bedingt das ja auch, dass die Regel dann auch gut geschrieben ist, dass man es direkt auch alles eindeutig versteht. Und so eine zusätzliche Spielerhilfe kann ja auch noch mal gut dafür sein, das Ganze noch mal zu verifizieren. Also dass man das, was man aus der Regel verstanden hat, dass das dann auch wirklich so ist, wenn es eben noch mal zusammengefasst ist in Form von einer Spielehilfe. Ja, deswegen also gerne mehr Spielerhilfen. Und wenn einem Spiel mal keine beiliegt, dann kann man ja immer mal auch auf Boardgame gucken. Da gibt es ja genug Leute, die das uneigennützig zur Verfügung stellen, solches Material. Da habe ich mir natürlich auch schon das eine oder andere runtergeladen. Ja, ansonsten, so langsam wird es doch ziemlich warm auch hier mit den Scheinwerfern. Deswegen werde ich mich jetzt langsam für dieses Mal verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu den vorgestellten Spielen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde das gerne auch alles beantworten. Das letzte Mal hat es leider ein bisschen länger gedauert, weil ich viel zu tun hatte. Diesmal werde ich es wieder zeitnah versuchen, auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin und tschüss.